hallo zusammen ich habe hier ein katalog bekommen vom bauhaus dieser katalog wenn ihr es hier sieht der ist noch gültig bis 27 dritten dieses jahres also noch einen knappen monat und in diesem katalog drin das solar komplett lösung und unten das hat mich stutzig gemacht sonst würde ich mich das nicht benennen hier steht kühlschrank laufdauer 7,5 stunden das heißt wenn ich so eine solaranlage habe mit 150 watt rechne ich den tages leistung mal 4 sind dann 600 watt oder wattstunden die so eine anlage hier rein bringt wenn ich ein kühlschrank betreibe mit 80 watt dann ist es so dass dieser siebeneinhalb stunden laufen kann also 80 mal siebeneinhalb stunden sind auch die 600 watt das heißt die anlage ohne batterie kostet hier 225 euro wenn ich ja den kühlschrank 24 stunden betreiben will was ja eigentlich vernünftig wäre dann brauche ich drei solche anlagen nicht ganz aber es wird reichen der der hier diese anlage ausgelegt hat oder diesen text gemacht hat der geht davon aus dass ein kühlschrank 80 watt strom braucht das stimmt das trifft zu 80 watt braucht ein kühlschrank wenn ihr eine thermoelektrische kühlbox betreibt sogar fast mehr die kann aber nur 15 grad runter kühlen von der umgebung oder wenn ihr eine absorber kühltruhe verbaut solche mit 12 220 und gas läuft dann auch oder wenn ihr ein haushalts kühlschrank nimmt zum kleineren tisch modell und den über dem passenden wechselrichter betreibt der wird hier auch angeboten das funktioniert der hat hier 1500 watt da kann man normalen kühlschrank betreiben dann reicht diese anlage eben für einen dritteltag kühlschrank zu betreiben wenn ihr den ganzen tag wollt kostet das nochmals den wechselrichter braucht ihr auch noch dazu aber die solaranlage braucht ihr nochmals irgendwo um die 500 euro kosten für den kühlschrank zu betreiben es geht aber auch anders wir nehmen so eine kühlbox die hatten energiebedarf von sage und schreibe bei 5 grad innen 25 grad außen von 5,4 watt und bei 32 grad außen von 12 watt das heißt die braucht im schnitt etwa 300 watt solarleistung um diese kühlbox direkt am 12 volt direkt auf der batterie zu betreiben das heißt ihr braucht eigentlich nur eine halbe solaranlage die hier angeboten wird von bauhaus oder ihr habt die solaranlage und könnte noch den radio im tag mit werden sie er könnte noch 22 könnt ihr dann noch zwölf stunden betreiben also das geld in kühlbox investieren dann habt die richtig funktioniert die richtige wenig energie braucht dann braucht ihr nicht so eine doppelte oder dreifach so starke solaranlage aber im es wird davon ausgegangen dass eine billig kühlbox verwendet wird oder ein haushalts kühlschrank über und wechselrichter betreiben das braucht einfach zig mal mehr energie wie eine vernünftige zwölf volt direkt betriebene kompressorkühlbox mache ich hier einen link über diese kühlbox und hier über die größere und hier unten link über die solarkühlgeräte die effektiv gebaut sind zum an solar zu betreiben ich wünsche euch einen schönen tag